hallo und herzlich willkommen hier auf den freizeitpark blog youtube channel wir sind heute mal nach holland gefahren hier in die spielestadt in herlen und ja wir werden euch ein paar eindrücke zeigen in dem video der kleine mann von mir ist sogar gerade drin für einen spaßigen ausflug mit dem nachwuchs ist die kinderstadt herlen eine gute adresse auf rund 10.000 quadratmeter wartet hier eine erlebnisreiche indoor spielewelt auf die kleinen entdecker der überdachte freizeitpark richtet sich hauptsächlich an kinder im alter von zwei bis zwölf jahren denen dank vieler abwechslungsreicher attraktionen bestimmt nicht langweilig wird der kinderpark befindet sich in der niederländischen stadt herlen die nahe der deutsch niederländischen grenze liegt von aachen aus ist die kinderstadt herlen in weniger als eine halbe stunde zu erreichen weshalb der freizeitpark auch für deutsche besucher attraktiv ist ein paradies für kinder auch bei regenwetter das besondere an der kinderstadt herlen es handelt sich um einen indoor spielplatz der ganzjährig geöffnet ist es ist also egal ob es regnet stürmt oder schneit die kleinen gäste können sich bei jedem wetter im trockenen und warmen austoben doch wer denkt dass das dass der überdachte spielplatz nur die üblichen unterhaltungsmöglichkeiten bietet die man von einem spielplatz besucht kennt wird angebot der kinderstadt herlen für ein spiel mit fahrspaß und ermöglicht war mit den kleinen gästen eine erste annäherung an klassische fahrgeschäfte zu den highlights 10 die rasante steilachterbahn achterbahn für den fahrgästen eine ersten nervenkitzel bereitet mindestens genauso spannend geht es auf der wasserbahn lazy river zu die steile abfahrten passiert hier bleiben keine wünsche offen daneben wartet noch jede mengen attraktion die an eine kirmes erinnern die kleinen gäste können ihre fahrkünste beim autoscooter austesten oder eine gemütliche fahrt auf einem nostalgischen karusseller leben doch auch klassische spielelemente wie rutschen klettergerüste und trampoline sind in der kinderstadt herlen vorhanden für jeden geschmack ist hier die ist hier das passende dabei ein besuch in der kinderstadt herlen verschafft den kleinen gästen dank spannender attraktion und viel bewegungsfreiheit einen erlebnisreichen tag von dem sie noch lange zeit erzählen werden